Herzlich Willkommen zur nächsten Folge aus unserem Let's Play Football Tactics and Glory mit dem FC Chelsea, mit dem wir nicht ganz so rosig dastehen. In der letzten Folge haben wir uns am Ende angeguckt. Platz 13 nach 26 Spielen, das geht gar nicht, wenn man sich vor allem den Kader und die Transfers, die wir hatten, anguckt. Schauen wir mal, ob wir da jetzt Potenzial für die nächste Saison sammeln können. Ich würde aber sagen, weiter geht's. Wir spielen nämlich gegen ManCity, keine Zeit verlieren. Oh, ne, noch nicht starten. Erst noch einmal auf die Aufstellung schauen, wie das mit der Ausdauer aussieht. Gut, dass wir das gemacht haben. Rüdiger, kurz raus. Dafür Christensinn rein. Ja, unsere Außenspieler mehr oder weniger mittlerweile überflüssig durch die Umstellung hier. Na, den behalten wir uns mal so. Ich weiß nicht, was man so richtig machen sollte. Auch hier zum Beispiel unsere jungen Spieler. Kommen wir nicht zum Einsatz. Ich hatte gehofft, dass man vielleicht Spiele hat, in denen man verschnaufen kann, in denen man die Spieler schonen kann, in denen man junge Spieler einsetzt. Aber so ist das nicht, denn bisher ist es eher so, dass selbst unsere guten Spieler strugglen, hier irgendwas zu reißen. Auf geht's. Jawohl, wer war's? Die Bräune mit dem Kanonenschuss. Schade, der Ausgleich. Nicht das Spiel drehen lassen. Jawohl, und? Oh, 90. Überstanden. Batschweinung mit einem Gefällschuss. Da muss man ja mal aufpassen, hier mit dem Spiel drehen. Die 90. Minute ist wirklich nochmal so. Also 45. und 90. Da kriegt man gerne Gegentore. Ähm, da schlägt die Simulation nochmal so richtig zu. Ich glaube, weil es gibt halt oft Ecken in dem Spiel. Und das Spiel geht so lange, bis es halt keine Ecke mehr gibt. Und es wird immer wieder eine Ecke halt ausgeführt. Das bedeutet, es kann teilweise schon halt 4, 5 Ecken am Stück geben. Naja, und da muss man ehrlich zugeben, da fallen schon gerne Tore nach Ecken. Wenn man das Spiel mal so gesehen hat. Naja, auf jeden Fall mal einen schönen Konkurrenten. Also, was heißt Konkurrenten? Einen starken Gegner geschlagen. Das ist schon mal gut. Und jetzt gegen den Letzten. Ich sag mal so, das ist normalerweise ein Pflichtsieg. Wir sind jetzt auch nicht die Überflieger. Auf gar keinen Fall. Aber wenn man mal ehrlich ist, muss das halt klappen. Und ich will auch nicht Hazard oder Übelien zum Beispiel rausnehmen. Son spielt halt auch stark. Der trifft auch gerne. Der hat auch hier diesen Kanonenschuss. Äh, Hackentrick meine ich. Aber die anderen sind halt auch mega gut dabei. Also ich meine, wenn die fit sind, dann spiele ich die dann doch schon lieber. Hier machen wir es wieder so. Und auf geht's. Kaum kein frühes Gegentor. Mindestens ein Punkt. Normalerweise gegen die 3. Nehmen wir keinen mit. Jawohl, lasst euch drei Buden reinmachen, Alter. Was? Dreimal Payet. Ich spiele mit fünf Verteidigern. Stehen die sich im Weg rum, oder was? Gegen den Letzten haben wir jetzt eine Klatsche kassiert. So, wir machen das jetzt mal wieder anders. Ich weiß zwar noch nicht, wie. Einer da hinten. Ne, eigentlich brauchen wir einen davor. Okay. Christensen hat hier gut abgeräumt. Wir stellen wieder so ähnlich um, wie wir mal waren. Ach ja, das sieht auch komisch aus, ne. Oder so, ist defensiver. Haben wir in der Mitte halt eine große Lücke. Aber vielleicht über die Spieler. Ich weiß noch nicht, ob wir uns da mit Hazard als guten Stürmer nehmen. So haben wir dann keinen in der Mitte, ne. Oder man macht's so. Dann muss halt ein Stürmer dran glauben. Willian kann das spielen, ne. Genau. Gute Bräune eigentlich auch. So haben wir auf jeden Fall unsere Spieler wieder besser angepasst. Da kann der nämlich auch mal Moses auf rechts spielen. Oder halt auch Shakiri auf links, ne. Ich würde doch sagen. Ja, wir simulieren bis zum nächsten Spiel. Die sind gerade noch kaputt. Die nächste Umstellung hier sieht erstmal kompakter aus, ne. Da das eine Simulation ist, befürchte ich, dass vielleicht sogar eine hier in der Mitte stehen muss. Weil man hat ja nicht so Laufwege, indem man sich durchpasst. Man hat drei Züge pro Spielzug und dann einen. Ja, von der Mitte schießt man eigentlich schon besser. Mal schauen. Der ist noch kaputt. So, Hazard. LS passt schon. Könnte auch Z2M machen zur Not. So, hier, der hat jetzt natürlich einen richtig scheiß Passwert, der Willian. Der muss eigentlich, eigentlich muss der schießen. Hm. Aber Hazard nach hinten nehmen, dann nehme ich den aus dem Spiel. Weil der ist halt ein Top-Schütze, ne. Zwei Mittelstürmer. Das reicht erstmal. Willian. Erstmal spielt er die Bräune jetzt und Moses mal wieder. Nehmen wir uns die Option, indem wir Willian erstmal rausnehmen. So, Son wird dann auch eher wahrscheinlich linkes Mittelfeld spielen. Da müssen wir uns dann von einem trennen. So, Shaqiri oder Son zum Beispiel. Mal schauen. Erstmal schauen, ob das überhaupt klappt. Ey, das ist ja... Auf geht's. Kein Fuß Gegentor. Jawohl. Und? Jawohl. Aha, nicht nur eins. Bad Schweig und der Bräune. Uff. 90. Auch überstanden. Durch die beiden haben wir gewonnen. Wichtige Punkte. Wie gesagt, wir brauchen mal ne Streaks. Okay, Hill verbessert sich da. Ich glaube, ältester Spieler jedes Teams. Der Wetten zieht Arsenal ab. Arsenal spielt halt auch ne scheiß Saison, ne? Manu auch so... Überhaupt nicht dabei. City vorne, Liverpool noch so halbwegs. Komm, vielleicht nochmal zwei Siege jetzt hier. Voll auf die Liga konzentrieren. Gegen 18. Gegen den neuen 18. Weil wir... Werden anders haben gewinnen lassen. So, komm mal, jetzt können wir hier auch... Das denke ich ohne Bedenken so machen. Weil der will den Kanderlauch schießen mit der Doppelspitze. Mal schauen, für das erste Spiel mit der Aufstellung lief das doch gerade schon mal gut. Mal schauen, wie das nächste wird. Kein Fuß Gegentor, wie immer, ne? Ja, haben wir geschafft. Halbzeit auch überstanden. Und jetzt kein spätes Gegentor. Oh! Wir holen uns durch Moses. 90. plus 2. Die rote Karte noch ausgenutzt. Wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr schön. Man muss auch mal Glück haben. Wir hatten oft genug Pech. Gucken wir nur noch die Liga jetzt hier, ne? Andere Sachen haben wir uns ja selbst eliminiert. Na, hier hat's mit die Queta wieder rein. Eigentlich lief's ja, ne? Alonso will ich nicht rausnehmen. Moses muss aber mal raus. Kante spielt vor allem gar nicht. Statt Moses machen wir jetzt mal die Bräune nach da. Und hier bei Try und dann Hasar nach hinten. Mal gucken, ob Hasar da verloren ist oder ob der da vielleicht auch mal trifft. Ist jetzt wieder ne riskante Änderung eigentlich. Aber vielleicht braucht man auch regelmäßige Änderungen. Vielleicht achtet das Spiel da auch drauf. So, kein Stil. Ja, okay. Ein Punkt. Naja. Na gut, na gut. Nicht unbedingt das, was ich wollte. Aber okay. Manu auch nicht gewonnen. Arsenal sind schon wieder 3-0 verloren. Liverpool unentschieden. Ich achte natürlich auf die Top-Teams, aber da sind wir noch lange nicht. Guck mal, oben! Da haben wir die Euroleague doch direkt vor den Augen. Zehn Spiele noch. Oh, und wenn wir davon, sag ich mal, sechs gewinnen sollten, sind wir da eigentlich schon sicher in der Euroleague. Und normalerweise würde man sagen, klar, sechs, sie aus zehn Spielen. Als Chelsea schaffst du das easy. Na, bisher war das schon. Naja. Und jetzt vor allem auch gegen Tottenham wird das nochmal eine andere Hausnummer. Wir gehen, denke ich, auf Wood. Achso, ja, ja, ja. Ähm, der Bräune macht offensiv. Rechts Moses hat er auch getroffen. Alonso spielt das gut. Da brauchen wir Shaqiri. Ah, nicht einwechsel. Kante, die Verteidigung ist fit. Weil, da gehe ich jetzt wieder mit Christensen. Komm, jetzt ist ein Überraschungssieg. Das wäre so geil. Aber wenn man sagt, noch zehn Spiele, dann ist Tottenham auf jeden Fall ein Gegner, gegen den man verlieren könnte. Was ich auf keinen Fall gerne tun würde. Jawohl, komm, halten. Yes, Alter. Jetzt macht's mal wieder Spaß hier, Hazard. Vielleicht mit einem kleinen Lackershot hier wieder ganz spät getroffen. Das brauchen wir. Liverpool wieder verloren. Mendy verloren. Arsenal verloren. Oh, City unentschieden. Und da haben wir schon den Euroleague-Platz. Komm schon. Jetzt bin ich heiß hier. Kann natürlich sein, dass die ganze Euphorie dann gleich durch eine doofe Niederlage wieder verfällt. Aber dann ist das so. Dann greifen wir neu an. Weil wir sehen ja jetzt, dass es auch laufen kann. Die Aufstellung scheint jetzt nicht schlecht zu sein. Aber vielleicht auch nur Temporär. Wir hatten Temporär immer ganz gute Aufstellungen, die dann irgendwann nicht mehr funktioniert haben. Müssen wir halt drauf aufpassen. Batschwey kommt nicht mehr so zu sein Einsitzen, weil William das gut macht. Aber William auch mittlerweile schon 30. Spielealter natürlich, wenn man so schnell simuliert. Kante kann wieder rein und ich werde trotzdem mit Batschwey mal wieder gehen. Zwei Mittelstürmer da jetzt. Son kann das dann perspektivisch auch spielen. Der ist auch noch jung. Den halten wir noch in unseren Reihen. Ich denke, hier sind noch nicht so viele Algorithmen hinter, dass die sagen, oh, wir spielen nicht. Wir wollen aus dem Verein wechseln. Wenn doch, dann ist das natürlich ein Stoß ins eigene Knie. Die nächste Führung hier durch Batschwey. Und wir bringen es wieder über die Zeit. Hey, wir kommen hier mit einem 1-0 durch das Ende der Saison durch und erleben einen leichten Aufwind. Und wenn nicht sogar einen stärkeren Batschwey, Christensen und Conte hier. Unsere besten Spieler mit den ersten drei Sternen. Die Konkurrenz. Spielt unentschieden mit Menü. Arsenal gewinnt mal wieder, aber die müssen weit hinter uns sein mittlerweile und Liverpool unentschieden. Immer noch Platz 7. Ja, da müssen wir uns jetzt erstmal hocharbeiten. Cahill upgraden. Vielseitiger. Der kann die Büro. Ne, Tompkins soll das machen. Lieber die zwei Attribute dann. 50 Ruhm haben wir schon wieder. Shaqiri könnte geupgradet werden. Und zwar Tunin. Das brauchen wir jetzt nicht. Ne, dann warten wir erstmal auf den Rest. Weiter. Wie spielt der Gegner? Von uns aus rechtslässig, von deren aus gesehen linkslässig. Verteidigung aufgrund der... Na komm. Wo kann der Austausch wieder austauschen? Dann machen wir das so. Sieht gut aus. Everton. Ah, guck mal. So eine starke Saison hingelegt und jetzt sind sie hinter uns. Komm, unterhalten wir sie jetzt auch. Die können uns zwar nicht überholen, aber auf einen Punkt rankommen. Oh. Führung. Dann der Ausgleich. Führung. Und jetzt ohne Ausgleich durchkommen. Wieder ein Torunterschied retten. Oh ja. Aber da mussten wir erst noch eins für schießen, damit wir den retten konnten. Willian, Willian und Hazard. Strafstoß haben wir für Ursache. Da müssen wir verteidigen und vielleicht mal eine vernünftige Grätsche leveln. Damit die auch gut angewendet wird. So. Schön, dass wir den geschlagen haben. Arsenal wieder verloren. Dafür Burnhamoth gewonnen. Liverpool gewinnt weiterhin. City natürlich auch. Die werden Meister hier. Menü wieder unentschieden. Auch keine ganze Saison von ihnen. Und wir sind Sechster. Also wir machen hier echt die Schadensbegrenzung noch auf dem Schlusssport. Und wenn wir uns weiterhin so beeilen wie bisher und weiterhin so Spaß haben, dann schaffen wir die ganze Saison noch in dieser Folge. Eine Saison pro neun Folgen, das schaffen wir ein paar. Das ist auch das Ziel. Wir wollen hier ja schnell durch. Deswegen spiele ich auch nicht oder guckt mir das an. Das kann spannender sein. Ich habe aber gerade den Reiz hier ran, muss ich ehrlich zugeben. Wir wechseln immer mal ein bisschen durch. Wobei ich mich ehrlich gesagt nicht traue, im Moment den Son spielen zu lassen. Also muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Die Bräune macht das gut. Moses dafür rechts außen. Luxusprobleme. Verteidigung ist fit. Aber das heißt dann eigentlich, wenn alle fit sind, dass Christensen spielt. Aber Shaqiri kann mal wieder statt Alonso. Wobei der Alonso auch starke Spiele in letzter Zeit macht anscheinend. Pflichtsieg, wenn man die Platzierung betrachtet. Aber das war die Saison über. Auf jeden Fall nicht immer so. Ja? Wieder Führung, dann Ausgleich. Führung und ohne Ausgleich. Durch Jungs, das läuft. Wir haben jetzt schon die sechs Siege, die ich eben angesprochen hatte. De Bruyne und Batschwey haben getroffen. Das läuft fast zu gut, dass gleich wieder alles verloren wird. Und da geht es einfach nur wieder verloren. Die bleiben hinter uns. City gewonnen. Manu diesmal auch gewonnen. Arsenal verliert 5-0 gegen Liverpool. Steigt Arsenal ab. Ne, ich traue mich gar nicht auf die Tabelle zu gucken. Wir achten nur auf uns. Was ist das? Das ist Liga-Pokal. Direkt mit Hin- und Rückspiel. Und ne, das ist dann Liga. Und hier kommt dann das Rückspiel. Ai, ai, ai. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall ein bisschen jetzt auf die Spieler achten und auf die Ausdauer. Ah, und gerade jetzt Rüdiger. Gut, der muss im nächsten Spiel dann halt auf jeden Fall ran. Ne, Christensen pflückt die da vorne weg. Quante spielt den Pokal. Setzen wir jetzt mal Priorität. Liga läuft soweit. Das ist natürlich das gute Luxusproblem. Wir haben auch so viele Spieler, dass wir sie dann ersetzen können, wenn sie kaputt sind. Deswegen Hazard und Batschwey. Ne, ähm. William, Batschwey spielt das nächste Spiel dann wahrscheinlich mit Zorn. Morata können wir eigentlich nächste Periode verkaufen, weil der spielt ja gar nicht mehr. Die Frage ist, wenn wir auf drei Störmer wechseln, dann könnte man ihn doch wieder gebrochen. Die spielen sehr defensiv, unsere Gegner hier. Swansea, komm. Pflichtsieg. Jawohl, Auswärtstor ist da. Können wir sogar einen Ausgleich reinkriegen. Würde ich ungern tun. Habt ihr gesehen, was das für eine lange 90. Minute war? Da waren schon wieder Ecken am laufenden Band bestimmt zum Schluss. Aber auf jeden Fall ein Sieg, ein Auswärtstor. Und viele Spieler-Upgrades. William hier hervorzuheben, weil er auch wieder einen Stern gesammelt hat. Everton gewinnt gegen Arsenal. Das sieht nach einem Finale der Chelsea gegen Everton aus. Muss es aber nicht sein. So vorsichtig muss man dann an der Stelle auch sein. Spieler upgraden konnte ich jetzt nicht, oder? Stellen wir uns auf den Gegner ein. So wie angekündigt. Einige kaputte Spieler. Und auch das nächste Spiel wird dann nicht angenehm. Kritiker da vorne. Ne. Der kann wieder nach hinten, wenn er kaputt ist. Ja. Azpilicueta und Christensen wechseln sich mit dem Spieler vor der Abwehr ab, der den er abfängt. Schagiri. Die anderen sind sogar noch relativ. Aber ich habe es versprochen. Neuer Doppelsturm für dieses Spiel. Hoffentlich klappt es. Direkt vor uns die City in der Liga. Die sind vor allem Fünfter. Gut, dass wir gegen die gewonnen haben. Schauen wir es mal nochmal. Wäre böse, wäre nicht. Da war der Pokal jetzt doch ein bisschen wichtiger als die Liga. Jawohl. Noch ein Sieg. Ja, durchgebracht. Also. Son. Beweist sich hier nach vielen Spielen, die er nicht gespielt hat. Dass er wichtig ist, dass er treffen kann. Und da werde ich ihn dann doch öfter berücksichtigen in Zukunft. Ich meine, er hat eine insgesamt bessere Stärke als Batschweyer. Aber Batschweyer hat halt einen krassen Abschlusswert. Arsenal Manu verlieren wieder. City gewinnt wieder. Das übliche Bild. Wenn man so will. So. Jetzt müsst ihr die Ausdauer hinhauen. Da dann noch das Rückspiel. Spieltag 34. Na, es gibt ja 38. Ne, hier kenne ich gerade das Logo nicht. Soll das dann Tottenham sein? Weil das ja so dunkel ist. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Shaquille wieder raus. Der für Alonso rein. Luxusproblem gelöst. Zack. Batschweyer mit Azad. Da haben wir doch unseren Doppelsturm dann. Willian heben wir uns diesmal in der Reserve auf. Verteidigung ist fit. Das ist wichtig, weil Christensinn nicht kann. Bakayoko mal wieder für Conte. Der kommt dabei dran. Und Bakayoko ist sehr jung. Machen wir mal, obwohl Conte fit ist. Und dann gegen Hyl City hier. Können wir unsere Streak aufrechterhalten? Ja. Nein. Ja. Nein. Ja, okay. Sagen wir unsere Niederlagenlos-Streak. Ja. Zwar nicht gewonnen, aber einen Punkt mitgenommen kann wichtig gewesen sein. Sehen wir am Ende. Alonso, De Bruyne und Hazard. Unsere besten Spieler. So, was haben wir hier viele Unentschieden? Liverpool gewonnen, Menü verloren. Oh, Liverpool gegen ManCity gewonnen. Oh, was haben wir hier noch? Rückspiel. Willian statt Batschwey. Mal gucken, ob das ein guter Move ist. De Bruyne. Ja, der kann. Shakiri dafür, Bakayoko. Wieder ein bisschen durchgemischt. Scheint zu klappen, wenn man immer mal ein bisschen was ändert. So, kein Fluss gegen Tor. Komm, wir haben das Hinspiel 1-0 gewonnen. Hatten das Auswärtstor. Solange Swansea nicht trifft, ist alles gut. 2-1 reicht denen aber leider. Ha, dazu kommt es aber nicht. Woher hätte es denen gerecht? Weiß nicht. Shakiri hat den Wettbewerb rot. Haben wir den Ersatz mit Alonso. Achten wir drauf. Oh, da zählt das nicht Wettbewerbste. So, hat jetzt überall rot. Oh! Beide haben einmal 2-0 gewonnen. Das heißt, 3-0 war das dann Elfmeterschießen für Arsenal, oder was? Chelsea-Arsenal. Londoner-Duell im Finale. Oh, und war es das dann? Habe ich schon das Ende der Liga verpasst? Aber 34 Spieltag, das ist doch ein Fehler. Haben die nicht 20 Teams in der Liga? Das ist jetzt auch Information wahrscheinlich von Manager 07, aber... Ja, ja, das mit Shakiri ist okay. Liga-Pokalfinale. Hey, das wäre doch jetzt auf jeden Fall mal ein geiler Abschluss von der gesamten Saison dann noch. Aber wen stellen wir auf? Asad und Batshuayi, zwei Doppelstörmer hier. Kann Täter finden. Alonso Moses ist eigentlich gesetzt. Verteidigung. Christen sind vor. Das mit dem Sturm ist echt ein Luxusproblem, aber ich glaube, wir bleiben so. Batshuayi und Asad, unsere sichersten Schützen über die Saison hinweg. Und auf geht's. Ah, hätten wir ja mal zuschauen können, aber wir machen die Saison jetzt hier simuliert zu Ende. Komm, jawoll! Und keinen reinkriegen. Hey! Liga-Pokal gewonnen. Durch Batshuayi! Also, richtig entschieden. Da hat man noch direkt das Lächeln auf dem Gesicht. Kante kurz vorm Aufstieg. Barclay hat's. Kein einziges Spiel gespielt, aber... Verbessert Batshuayi. Macht einen Sprung. Es gibt Boost für die Spieler. Aber ordentlich. Und auch ordentlich Ruhm verdient. Glückwunsch, Chelsea zum Gewinn des Liga-Pokals. Die Straßen sind mit Fans überflutet. Sie werden die ganze Nacht feiern. Jawohl, so sieht das aus. Sehr gut. Machen wir erstmal weiter. Sponsor wählen. Aha. Glückwunsch. Die Saison 2018-19 ist beendet. In neun Folgen. Angemerkt hier, ja? Es ist offensichtlich, dass die Führungsregel und die Spieler das beste geben. Eine gute Vorstellung zu zeigen. Natürlich ist es noch ein weiter Weg bis zur Meisterschaft. Aber sie halten sich gut gegen die besten Mannschaften des Landes. Ja, zum Schluss hatten wir dann echt einen Aufwind, ne? Vielleicht braucht man einfach mal so eine verkorkste Saison. Und zum Schluss habe ich dann ja gesagt, man verbessert sich. Und man möchte ja eigentlich auch, dass das dann Früchte trägt. Und das hat es. So, sechster Platz in der Liga. Damit sind wir eigentlich im Europapokal, würde ich sagen. Das ist ein gutes Ziel. Da kommen wir weiter als die Saison, würde ich sagen. Europapokal. Tja, ach, die Finale war doof. Erste Liga. Erste Platz Liga-Pokal. Das liest man dann gerne. Das ist so ein Happy End für uns. Dadurch, dass der Fokus dann nicht mehr so auf die Liga lag. So, was haben wir hier errungen? Ach so, dadurch kriegen wir noch was. Was ist das? Acht Tore. Platz 1. Oh, Torschützenkönig oder was? Ach, rot ist Platz 1. Okay. Bronze Vorlagen. De Bruyne, ja guck mal hier. Platz 3, 10 Vorlagen. Das kann ja nicht sein. Oder? Das wird Platz 3, Platz 1. Hä? Ach, im Liga-Pokal. Okay, okay, okay. Da hat Alonso einfach mal fünf Vorlagen gemacht. Und für Platz 8 gibt es auch noch was für Moses. Unsere Außenspieler also. Und im Liga-Pokal 14 Zweikämpfe. Da sehe ich jetzt hier den Platz nicht. Ich weiß nicht, was blau ist. Vielleicht zwei. Weil hier Platz 1 ist auch Bronze. Ich weiß. Ach so, das ist wahrscheinlich Sturm, Mittelfeld, Verteidigung. Okay, ich weiß nicht, welcher Platz es ist. Wird nicht eingeblendet. Ach doch. Ah, da geht es ja noch weiter. Guck. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Platz 1. Da haben wir noch Platz 2 Tomkins. Und Platz 8 Rüdiger. Also, ich muss sagen, durch das Mittelfeld lassen wir viel durchkommen. Wahrscheinlich durch unsere Aufstellung, weil wir vorne viele haben und hinten viele. Aber dafür räumen die hinten auch auf, wie man sieht. Courtois, Paraden in der Liga, im Liga-Pokal jeweils Platz 1. Guck mal, der hält uns auch noch was dicht, weil die Verteidigung auch immer noch nicht alles hält, natürlich. Europapokal wenigstens Platz 7. Gut, das wäre natürlich nicht so weit gekommen. Nochmal kurz auf die Tabelle gucken. Ach, die ist schon aktualisiert für die neue Liga. Na gut. Gut, dann können wir auch zurückgehen und neue Saison anklicken. Und auch den Sponsor wählen. So, jetzt muss man natürlich gucken, was nimmt man denn, ne? Kann hier eins von den drei. Halbfinaleinzug Pokal. Gewinne den internationalen FB-Pokal. So, das ist natürlich nach der Saison. Sieg, Heimsieg. Kriegt für einen Sieg was? Für einen Heimsieg. Konstant. Nicht irgendwann einmal was, wenn man gewinnt und ansonsten gar nichts. Tore. Da kriegen wir für einen Toren-Bonus. Gut, wir waren jetzt nicht so unbedingt die, die hier voll abgegangen sind. Oder gewinne den Pokal. Ich bin dafür, oder? Dann kriegen wir für einen Sieg was, für einen Heimsieg was. Ja, für eine Niederlage halt nichts. Ist okay. Weil wir wissen ja nicht, wie wir abschneiden. Ich hätte die Saison auch gedacht, dass wir auf die Meisterschaften mitspielen können. Konnten wir aber nicht. Das heißt, das obere, gut. Jetzt haben wir natürlich einen Pokal gewonnen. Sagen wir mal, nächste Saison kommen wir dann im Viertelfinale nicht weiter. Weil wir dann halt gegen Manu nicht 1-0 und 0-0 spielen, sondern 0-1 und 0-0. Das kann alles passieren. Das ist das hier auf jeden Fall die sichere Variante. Nachrichten. Jugendspieler. So, das ist der. Transferfenster ist offen. Liga-Pokal. Ja, komm, wir spielen in der Gruppenphase mit. Das ist doch alles, was wir wollten, oder? Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich einfach mal Schluss. Ja, auch mit der Aufnahmesession für mich. Wir haben die Saison in neun Folgen durchgebracht. Das heißt, wir werden auch in weiteren neun Folgen, also in drei Wochen, die nächste Saison durchkriegen. Nein, red ich Quatsch. Doch, das ist richtig. Drei Folgen pro Woche, frei, Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils 17 Uhr. Und ich bin zuversichtlich, dass es hier so weitergeht. Ich habe erst gedacht, okay, fängt man in der ersten Bundesliga, in der zweiten Bundesliga vielleicht an und hat dann noch eine Herausforderung, sich hochzuarbeiten. Na, habe ich mich entschieden. Für die Premier League, für den FC Chelsea. Wäre auch, ehrlich gesagt, schade gewesen, wenn wir in der ersten Saison schon die Meisterschaft geholt hätten. So hatten wir echt eine verkorkste Saison. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, halt darauf aufzubauen. Und wer weiß, ob es in der nächsten Saison schon mit der Meisterschaft klappt. Das wäre natürlich eine krasse Konstanz, die wir da hinlegen müssten, die wir vielleicht eben zum Schluss dann auch hatten. Wer weiß. Aber mal schauen, was wir vielleicht auch noch so für Änderungen machen können. Innenverteidiger, Junge einkaufen. Cahill ist schon relativ alt. Der kann auf jeden Fall noch die Saison spielen. Ansonsten mal schauen, vorne Morata kann weg. Vielleicht noch jemand aus dem linken Mittelfeld. Wer weiß. Da haben wir unsere Kandidaten, die wir vielleicht loswerden können. Wir haben die Saison noch gut beendet. Europa League erreicht. Liga Pokal gewonnen. Und alles, was wir mehr wollen, holen wir uns in der nächsten Saison. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zu einer neuen, frischen Saison mit vielen neuen Transfers in der nächsten Woche. Tschö-lü-lü. Tschö-lü. Tschö-medisch. Tschö-t Eddy. Tschö-t Eddy. Tschö-t ли.